Meine Abendroutine, wenn mein Wecker am nächsten Morgen um 3 Uhr klingelt. Bin nach der Arbeit als erstes zu meinem Auto gesteppt, was immer noch voll mit Sahara-Sand ist. Ich putze ja echt liebend gerne meine Bude um 3 Uhr morgens. Aber mein Auto... I don't know. Zu Hause haben mich dann ein paar Pakete erwartet, die habe ich dann geöffnet. Und danach ging es auch endlich unter die Dusche. Seid ihr Team abends duschen oder morgens duschen? Ich muss immer abends duschen. Dreck vorm Tag muss doch weg. Es stand auch eine Everything-Schauer an, deswegen hat es ewig gedauert. Und als ich dann irgendwann mal ready war, ging es für mich auch schon runter. Habe dann noch kurz meinen Hund begrüßt, den habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen an dem Tag. Und weil sich das Abendessen ja nicht von selbst macht, habe ich ein bisschen Reste verwertet und Reis mit Paprika gemacht. Weil ich morgens immer um 3 Uhr aufstehe, gehe ich natürlich auch sehr früh schlafen. An dem Abend habe ich mir vorgenommen, um halb neun schlafen zu gehen. Was echt schon spät ist für mich. Nachdem ich dann gegessen hatte, habe ich dann noch ein bisschen meine Serie geguckt. War auch die letzte Folge und dann vorbei, ich habe es gehasst. Und dann konnte ich mich auch schon bettready machen. Voller Vorfreude auf den nächsten Morgen. Um Punkt halb neun lag ich dann auch schon im Bett und konnte es kaum erwarten, am nächsten Morgen zu putzen.